Ja? Kein Mann sollte in dieser Position unter einer Frau stehen, ja? Achso, sie wollte nur nerven, alles klar! Was? Das ist doch die beste Position, wie man sein kann! Was? Ich muss meinen Stream schnell über 18 ändern, kleiner Blick. Nein. Hashtag 18! Hashtag 18! Nein, und zwar, wie gesagt, lieber Sasu, deine Worte zählen, ne? Du kennst das, ja? Ja. Liebe Regie, ihr wisst es ja, wir starten in Hashtag 18. Genau. Wir starten in 3, 2, 1 und go! Möget die Spiele beginnen und... Ich will auch, ich will auch, ich will auch! Ja, ich würde auch gerne, das hat mir auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich bin der Boden, das hat riesig Laune gemacht letztes Mal. Jetzt geht's los! Da, 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 da! Das ist ja tatsächlich jetzt! Oh, ich hoffe, da gibt's jetzt keine Probleme mit dem Plugin, aber eigentlich nicht. Nein, gar kein Problem, ich bin... Ich will da mit! Geil! Rechtsklick ins Boot machen, wenn du leeres siehst. Ja, rechtsklick. Genau, und dann kannst du fahren. Ja, geil! Ich hoffe, da gibt's jetzt keine Probleme. Oh, 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 oh! Ich muss, ich muss abbremsen! Oh, abbremsen! Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh, oh! Ich fahr jetzt tatsächlich nicht mit, ich werde einfach hier mal den Leuten einfach ein bisschen zugucken. So, neum! Das macht riesig Laune! Ah, alter, das lässt sich nicht lenken! So, ganz ehrlich, jetzt brauchen wir noch bei Mario Kart die Fragezeichenblöcke und dann geht's ab! Ja, genau! So, jump! Ja, du siehst ja jetzt mit den Baumstämmen und so, ich hoffe, das gefällt dir auch. Ja, ihr habt das wesentlich besser gemacht, das ist wesentlich angenehmer und das funktioniert auch wenigstens endlich, das ist sehr, sehr gut. Mhm. Das hat der liebe Maker sich echt Mühe gegeben mit. Hallo! Und ich finde auch, dass es allgemein optisch viel besser aussieht als das, was ich, die Testversion, die ich gesehen habe. Und es läuft sehr, sehr gut. Und, wow! Das freut uns natürlich. Wow, 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 wow! Und liebe Leute, wenn ihr natürlich mal mit dabei sein wollt, jeden Samstag, 19 Uhr, ne? Auf tfmc.de! So! Yay! Da erzielen jene! Das wird tatsächlich schon wieder Beach-Party! Das fahr jetzt mal Malania hinterher, aber war keine gute Idee. Yay! Go, go, go! Achso, die Regie nebenbei auch noch Spaß und fährt auch noch mit. Der Sasu hat es ja auch geschafft. Dein Boot geht nicht kaputt. Ich hoffe, du kannst aussteigen. Kannst du aussteigen? Ähm. Hilfe! Einmal im Boot, immer im Boot. Ich fahr einfach noch mal. Einfach, let's do it! Let's do it! Ich fahr einfach jetzt mal linkslang. Ich fahr einfach mal an. Uns klebt in Zukunft das Boot am Arsch. Diese Boote, die haben, ähm, sehr starke Verlustängste. Und deswegen, ähm, kommst du da jetzt nicht mehr los. Ja, ist egal. Da hälst du auch kein Entscheidungsantrag oder sonst was. Das ist super leid. Ich, ich mag meinen Boot. Ich nenn mein Boot, ähm, Stefanie. Stefanie, mein treues Boot Boote, nennt man ja immer nach Frauen. Bei mir, bei mir fehlen hier die Textur. Ich weiß jetzt grad nicht, was ich davon weichen soll. Okay. Wenn ihr andere Namenvorstellungen habt, gerne. Stefanie. Stefanie ist kein finaler Bootsname. Stefanie ist nicht finale? Ich hab das jetzt einfach so spontan. Wir können sie auch... Das wechseln wie die Unterhose, ne? Ja. Ja. Aber ich... Ja, aber ich... Ich hab ja mehrere Boote im Ventar, ne? Also ich kann ja wechseln. So, ähm... Ja, und wieder oben gelandet. Ja, gar kein Problem. Ich fahr einfach mal hin. Müsste da Dauerschleifen, was jetzt genießt das so sehr. Ne? Aber es... Es macht mir Spaß. Also gar kein Problem. Das freut mich. Das lädt bei mir übelst mal nicht nach. Das ist... Ist ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich am Schwimmen will. Okay, wo bist du denn? Äh, ich hab keine Ahnung. Warte mal. Ich port dich mal zu mir. Ne, warte, ich bin doch am Schwimmen. Ach so. Ich... Ich weiß halt nicht, wohin. Ich guck mal, wo du bist. Autsch. Jetzt bin ich am... Das ist wahrscheinlich... Das sind wahrscheinlich die vermutesten... Vermuteten Bugs. Ja, okay. Jetzt seh ich die irgendwann nur. Ich werd... Ich kann mich nicht zu deporten, Leute. Okay. Ich sitz im Boot. Vielleicht deswegen. Ja, ja. Wahrscheinlich. So. Also ich mit meinen treuen Keks und Stephanie. Wir fahren hier gemeinsam... Ähm... Zum Ziel. Zum dritten Mal. Und danach wird's wahrscheinlich auch ein viertes Mal. Ihr kommt gemeinsam ans Ziel. Das ist wichtig. Äh... Nein. Man hat mich weggedrängt. Das Spiel hat mich weggedrängt. No. Ist egal. Ist gar kein Problem. Mit Schiffen kommst du raus. Ja. Ne. Tatsächlich geht's bei mir nicht. Ne, das geht nicht. Das ist vom Plugin so eingestellt. Ah. Sieht aber sehr lustig aus. Im... Ah, da vorne ist... Da vorne ist Seta. Seta, wo muss ich hin? Ich seh nichts. Äh... Okay. Äh... Ich weiß nur, wie kommen wir jetzt raus. Ist das Boot auch nicht lenkbar gewesen. Ja. Das ist bei mir momentan auch der Fall. Also... Mit Lenken ist... Ne, Lenken ist... Es wird überbewertet. Also... Ja, Lenken braucht man nicht. Wenn du wirklich... Wirklich... Wirklich raus willst. Reconnect immer. Ne, ne. Ähm... Ich hab da... Ich hab grad Spaß dabei. Aber danke. Genau, das würde funktionieren. Zur Not kannst du auch reconnecten. Einmal Slash Lobby und dann einmal... Ich hab... Ich hab noch gar nicht probiert rauszukommen. Ich bin einfach so... Ich bin im Fahren. Da seht ihr... Das hat super geklappt. Ähm... Im Kreis fahren. Hab ich grad gesehen. Im Ziel kann man nämlich nicht mehr steuern. Oh. Da hat die Steuer raus gesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hat super funktioniert. Du hast doch 2 oder 70 Sekunden Zeit, um es noch 5 oder 6 Mal zu schaffen. Ja, ist gar kein Problem. Nein, zur Not, wenn du wie gesagt willst. Ne, mach einfach Slash Lobby und dann einfach Slash Event nochmal. Dann solltest du eigentlich dort befreit sein. Ja, warte mal... Slash TP... Devil? Oh, warte... Ach, Quatsch. Wenn du im Boot drin rufst, geht das glaub ich nicht. Ach, ich, ich, ich... Ne, warte, warte... Slash TP... Ich will auch ins Ziel kommen, aber ich seh's nicht. Das ist mal ein Problem. Äh... Nö, geht nicht. Reconnecte doch doch einfach mal. Glory. Dann geht das was schon noch. Nein, 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 nein. Ein Traum. Ich, ich fahre bl... Ich fahre bl... Kann ich für dieses Boot verdammt nochmal nicht springen? Ich muss mir das mal mit deiner Aufnahme gucken. Ja, das wäre tatsächlich noch cool, wenn man das könnte. Äh... Hier, wo wir das getestet haben, da hat dich doch aus Versehen einen Block gesetzt und dadurch ist doch so eine kleine Wassersprungschance... Ähm... Stimmt, ja, ja, ja. Dadurch konnte man tatsächlich, äh, mit ein bisschen Schmackes tatsächlich so ein paar Blöcke weit springen. Funktioniert. Fabi Master. Alter. Ja, geh schnell. ActionCam! Ach, ActionCam ist schlecht, wenn man nicht nach vorne gucken kann. Wir haben nicht hier Spaß dabei. Hier ist ein Boot, was einfach so rumfährt. Wir sind nicht die Besten, aber wir haben Spaß dabei. Haha, haha, haha. Das Stimmt. Das war eine Wand, das war eine Wand. Und ich hoffe natürlich, ihr habt auch Spaß dabei liebe Leute, es sind natürlich nicht mehr ganz so viele da, aber... Ein paar sind trotz alledem noch übrig geblieben. Und es sind noch 190 Minuten. Es fahren ja hier noch 150 Minuten? Quatsch Minuten? Natürlich! Ah Mann! Heute hab ich's den Aura auch, ne? Das ist kein Problem. Es ist schon schwer, weil ich meine, S-E-K-U-N-D-E-N, das... Minuten. Stimmt ja, klar. Ja, liest du da nicht Minuten drauf? Ihr schreibt auch ganz schön undeutlich, also... Nein! Es ist echt... Ich verlese mich da runter, weil ich meine... Ja, die Leute... Minuten, beides endet auf N. Also... Beides ist ne Zeiteinheit. Da würd ich sagen, der Stream hat sich spontan verlängert, liebe Leute. Die nachfolge Sendung verschiebt sich um mehr. Oh, 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 oh! Oh, Glory kommt ins Ziel! WTF? Jetzt fährt er... Jetzt kann er nicht mehr lenken. Oh, jetzt ist er gegen... Jetzt bist du wieder am Anfang. Nein! Nein! Nein, ich kann nicht lenken! Wieso kann ich nicht? Nein! Ich kann nicht mehr lenken... Oh, das war so scheiße. Ja... Genau, Slash-Lobby und dann wieder Slash-Event. Äh, also dann mal Slash... Sollte funktionieren. 130 Sekunden sind währenddessen noch Zeit. Crusher XD, was'n? Dü-dü-dü-dü-dü... Hi! Na? Slash-Event... Fop! So, mach ich mal kurz F5. F5... So, ich bin wieder... Ich bin wieder da. Ich bin jetzt auch tatsächlich mal bootlos. Ja, sehr gut. Ich genieße das auch grad so ein bisschen. Ja, ne? Man hat auf einmal frei halt. Oder ihr fliegt halt lang, wie ihr möchtet. Wir fliegen, wir verfolgen hier grade noch... Also, ich verfolge grade den Skill 1, 2. Der ist noch unterwegs. Und, äh, wen haben wir da vorne noch? Yay! Wusch! Yay! Go, go, go! Ich hab's geschafft, auch fliegend. Oh, Togerman! Okay, Kimstar hat grad aber auch... Äh, ist wohl wieder zurückgeporten worden. Ich hab mein... Ich hab mein Stuff gefunden. Endlich hab mich mein Stuff gefunden. Nach so langen Suchen hab ich mir Stuff gefunden. Wo fährt er denn hin? Ah, herrlich. Der war die ganze Zeit hier oben, mein Stuff. Mensch. Hat er sich versteckt? Wenn du hier durchkommst, dann... Dann ein Traum. Da, da. Das ist nämlich mein Stuff. Oh, dein liebes Skill. Boah, das war knapp. Also, wenn du hier durchkommst, dann Respekt. Schade. Hier kommst du wahrscheinlich gar nicht durch, oder? Ich bin jetzt grad mal gespannt. Moment. Oh, Skill 1, 2 fährt auch grad an mir vorbei. Ja. Skill 1, 2. Ja, oh, er hat's tatsächlich noch geschafft, sehr gut. Kennst du den Weg, Seta? Ich welchen? Wo? Den hier unten durch? Ja, die Abkürzung, klar. Oh, ich nicht. Hast du hier schon mal gefahren? Ich... ne, aber ich hab's mir nicht getraut. Also, wenn du hier unten durchkommst, dann... Ich seh grad gar nichts. Weil bei mir ist Shader... Oh Gott, ich seh nichts. Ich muss hier wieder raus. Boah, ganz, ganz... Wo kommt mal da einer raus? Oh ja, jetzt... Jetzt möchte ich hier langfahren. Jetzt möchte ich hier langfahren. Aber da hab ich jetzt Angst, dass es... Gibt es noch ne Verlängerung, liebe Regie, oder? Ähm, scheinen hier welche aus. Es dürften... es dürften gar nicht mehr so viele sein. Ich glaub nur noch Toggerman ist unterwegs. Ja, ne, ich glaub der Crusher XD. Ich weiß nicht, der hat irgendwie, glaub ich, ein Problem gehabt. So... Du, 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 du... Klar, okay, dann machen, ne? Ja, ja, keine Verlängerung. Tut uns leid. Es sind nicht mehr viele. Es ist hier der letzte Toggerman und, und, und. Ja, der ist durch. Yo, auf die letzten Sekunden fast. Die letzten Sekunden. Wow, sehr gut. Der ist raus. Sehr gut. Der Countdown ist abgelaufen. Wann gibt's eigentlich so ne... Waisen raus? ...so ne... ...schweren Challenges wie das Norshot Jump'n'ron? Tja, damit du mir diese Frage stellen kannst. Ich bin das letzte Mal beim ersten Sprung ausgeschieden, weil ich rüber gesprungen bin. Okay. Ich finde, das ist ein bisschen zu krass, dass man direkt ausschaltet, wenn man einmal runterfällt. Ja, das müssen wir halt machen, ist ja klar, ne? Weil, wie gesagt... Soll halt... Soll halt herausfordernd. Soll eine Herausforderung sein. Genau, das ist ja die Herausforderung. Die Herausforderung ist halt, ähm... ...nicht wie in den anderen Spielen, zum Beispiel hier jetzt in der Boot Challenge, dass du nochmal eine Möglichkeit hast und immer wieder nochmal eine Chance bekommst. Sondern du musst halt da wirklich zeigen, dass du Championlands beherrscht. Ich! Und ansonsten wird man... Da wird halt die Spreu vom Weizen getrennt. Das stimmt. Genau. Das muss ich hoffen, ich hab auf dich gewettet. Ja, Kitkan ist wieder dabei, ne? Ein starker Favorit. Ich hab auf dich gewettet, wie du springst runter, du Arsch! Ein starker Favorit. Also Kitkan, dich muss ich heute raus ekeln. Nein, Quatsch, Spaß natürlich. Ich wünsche dir auch viel Hilfe, Glück noch. Aber du bist ein guter Kandidat. Von daraus bist du einer meiner Erzfeinde. Guck mal, Parsi dreht hier voll ab. Ich glaub, der ist froh, überhaupt so weit gekommen zu sein. Ich auch. Ich glaub, der selber gar nicht. Nee, das ist einfach der Karottenüberfluss. Genau. Da ist die ganze Zeit ein Korottenfressen, das war nicht gut. Hast du ihm eine goldene Karotte gegeben? Du weißt doch, dass er den nicht gut vertreibt. Achso. Oh nein. Ja, du darfst ihm keine goldene geben. Ja, das war... Das hättest du mir früher sagen müssen, jetzt ist vorbei. Nein, ist nicht so schlimm. Oh je. Ja, es... Er wirds überleben. Wird das wieder? Das stimmt, ja. Ja, irgendwann... Das sieht schon ein bisschen geklappt aus. Guck mal, er hat sich gleich beruhigt. Und ich würd sagen, ne, da wir ja natürlich eure Aufnahmen natürlich auch noch laufen, würd ich sagen, wir haben wieder eine kleine Werbepause, liebe Freunde. Achso, wir nehmen ja noch auf, stimmt. Ja, da war's. Und... Ich wollte ja eure Testplatten nicht so belasten, ne, liebe Freunde. Jeden Samstag um 19 Uhr. Seid dabei, tfmc.de. Hinterlasst nette Kommentare bei dem Doriosa oder beim Misasu. Und einen Daumen hoch natürlich, wenn euch die Videos gefallen haben. Und ja... Das war's von uns, oder? Beim nächsten Mal, bei den letzten zwei Herausforderungen. Das große Finale steht bevor, also seid bereit, ähm... Und dann würd ich sagen, ne, bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Was bekommt ihr? Einen Keks? Ich will auch mal einen Keks. Aber heute... Ach, ich hab noch 500 Gigabyte. Man muss ehrlich sagen, wir sind uns in der Regie sogar gerade unschlüssig, ob es überhaupt Leute geben wird, die bis wirklich ins Finale kommen werden. Wir haben noch 41 Leute. Weil zum Beispiel auch dein tolles Wohnzimmer, das immer noch nicht aufgeräumt ist. Wir müssen mal schauen, dass wir da wieder eine Pustlore anbekommen. Stimmt, ja. Ich hab ja jetzt zwei. Das ist diesmal auch wirklich, wirklich, wirklich tödliche Fallen. Kekse, Leute! Kekseförle! Am Eingang gibt's Kekse! Ja, heute haben wir von den Druckplatten erzählt. Kekse Lobbyporten. Gibt es dort wirklich... Ja, noch mehr Kekse. Es gibt tödliche Druckplatten. Und da gibt es nur eine einzige, die wirklich ins Ziel führt. Oh, das hört sich gut an. Da. Und die dritte... Wohin? 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 Ja. Ja, ja, ja! Genau! Ja, ja, ja! Und ein paar Leute haben gerade gefragt, beziehungsweise ein, zwei Leute, glaube ich, braucht eine kurze Pause. Wir machen tatsächlich ein, zwei Minuten Pause. Der Stream läuft natürlich weiter und schaut bei mir natürlich weiter zu. Und ja, wir werden gleich sonst die YouTube-Videos natürlich wieder starten. Und für alle Leute, die noch in Teespeak sind oder irgendwo bei Twitch rumgammeln oder irgendwo noch, wo wir es sehen, ne? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas oder so, stellt die uns gerne. Oder wenn ihr irgendwas schreiben wollt, euren YouTube-Kanal oder so, könnt ihr gerne in den Minecraft-Chat reinschreiben. Nur keine Server-Werbung. Ja.